Der kleine Prinz ging die Rosen wieder zu sehen. Ihr gleicht meiner Rose gar nicht. Ihr seid noch nichts, sagt er zu ihnen. Niemand hat sich euch vertraut gemacht. Und auch ihr habt euch niemandem vertraut gemacht. Ihr seid wie mein Fuchs war. Der war nichts als ein Fuchs wie hunderttausend andere. Aber ich habe ihn zu meinem Freund gemacht. Und jetzt ist er einzig in der Welt. Und die Rosen waren sehr beschämt. Ihr seid schön, aber ihr seid leer, sagt er noch. Man kann für euch nicht sterben. Gewiss ein Irgendwer, der vorüber geht, könnte glauben, meine Rose ähnele euch. Aber in sich selbst ist sie wichtiger als ihr alle. Da sie es ist, die ich begossen habe. Da sie es ist, die ich unter den Glassturz gestellt habe. Da sie es ist, die ich klagen oder sich rühmen gehört habe. Oder auch manchmal schweigen, da es meine Rose ist. Und er kam zum Fuchs zurück. Adieu, sagt er. Adieu, sagte der Fuchs. Hier mein Geheimnis. Es ist ganz einfach. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar, wiederholte der kleine Prinz, um es sich zu merken. Die Zeit, die du für deine Rose verloren hast, sie macht deine Rose so wichtig. Die Zeit, die ich für meine Rose verloren habe, sagte der kleine Prinz, um es sich zu merken. Die Menschen haben diese Wahrheit vergessen, sagte der Fuchs. Aber du darfst sie nicht vergessen. ann- Oozein. Die Menschen haben die Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.